Hallo und willkommen zurück bei den Überspitzen mit dem Ravanur, nein, ich bin nicht der Ravanur, ich bin der Ravanur, ich bin der Ravanur, ich bin da oben, und wir spielen jetzt weiter im Battleblock Theater, ja, oh, okay, das wird, äh, ich weiß, oder, ich hab ne Idee, äh, das hat uns jetzt nicht irgendwie geholfen, also mir hat sie innere Befriedigung gegeben. Na ja, was der Große hat sich gemacht, ja, was ist der Ravanur, ist der da, na ja, äh, nee, der Raum ist einfach nur da, um dich zu töten, ja, der ist effizient genau dafür gedacht, na, verdammt, ähm, ja, wir brauchen aber ein bisschen Teamwork, glaube, um hier hochzukommen, Wir brauchen hier oben Teamwork, um hier weiterzukommen, hm, ob der es ihm gefällt oder nicht, ist eigentlich relativ, du könntest mir jetzt hochhalten, oder du stirbst, oder ich sterbe, danke. Ja, guck mal, da oben, da ist was, da will ich hier. Ja, okay, ah ja, stimmt, okay. Ne, so nicht. Also, sing auf deinen Kopf, und, äh, ja, oder? So, genau. Aber kannst du, ist doch auch schwer machen. Kannst du jetzt hier, oh, komm. Nee, 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 los, viel Zeit, lass abrufen. Das bringt uns nicht weiter. Also, wirklich. Jetzt, wir kommen jetzt, wirklich hier mal. Lass mich wenigstens auf meine Arbeit machen, ne, du mich umbringst. Ach ja, stimmt, du brauchst ja meine, ach nein, doch nicht. Okay, das sieht interessant aus, kann man hier nach oben irgendwo? Kommen Sie, das ist doch nur umsonst alles hier. Nein, doch. Ich hab einfach nur einen Schiebekasten, ne. Hm, ich hätte... Ich hab hier Flieger explizierende, will ich auch haben. Ja, stimmt, ne? Nein! Upsi! Oh, jetzt kommen wir ja gar nicht mehr durch. Nein. Aber hier kommt doch ja auch nicht weiter. Komma on! Hab den Game! Hab mich selbst umgebracht. Sehr schön. Wo sind wir denn jetzt rausgekommen hier oben? Aua. Kami, Hami, oder die Kugel, die mich wegstößt? Genau, Kami, Hami, komm mal hierher. Prooperatives Blödsinnst, geht uns. Bein. Versuch Nummer zwei. Hm. Versuch Nummer zwei. Äh, drei mittlerweile. Ja. Okay, ich spring. Nee. Jetzt. Ja, frag mich nicht, wie... Warte, hier. Ich hab die Idee. Weil die Idee ist noch nicht ganz so gut. Okay, probieren wir es noch mal. Das war ja schon so wie hoch, Fenn. Okay, probieren wir es noch mal. Okay, probieren wir es noch mal. Nein, jetzt hör mal auf den Springer an der Stelle. Ach, nö. Ich hasse dich. Es ist doch nicht wahr. Aber jetzt aber. Manchmal, ne? Moment. Los, lauf. Lass mich hier... Ach, ne, noch nicht. Warte. Könnte ich damit wegschubsen? Du kannst jetzt gerne nach unten. Ja. Warte, wo ist das denn da? Die Ball. Pff, direkt dort ist, wo du reinschwingen willst? Ausgezeichnet. Blatt. Kämpf dagegen an. Und man. Hab ne Idee. Okay. Das hat schon mal so gut funktioniert. Ach, das war nötig. Äh... Oh. Nicht hinten ist es... Nee, komm. Das kann nicht... Nee. Ausgezeichnet. Yay, wir haben alles. Genau. Nur der goldene Hut nicht. Vielleicht hat man den ja nur in bestimmten Level ist. Was sag ich doch. Ach, ja, vielleicht recht. Aber man glaubt mir einfach nicht. In A-Land. Ding! Yay. Oh, Bosslevel, oder? Ja. Was sind denn die Räume dahinter, frage ich mich? Ja, warte mal, die haben doch nicht das gemacht, oder? Gibt's die überhaupt? Ja, stimmt, die haben doch vor uns gar nicht gemacht. Hm. Müsst du da mal zurückgucken. Jo. Wir sind ja nicht umsonst da, denke. Okay. Dann gucken wir uns jetzt noch. Wir müssen wieder kooperativ arbeiten, ne? Einmal wieder. Das ist ein komisches Vieh in dem Ding. No Escape. Irgendwie hat sich das ein bisschen verändert, oder? Es ist wirklich einfach. Du hast doch Backstage reingelaufen. Okay, nach hinten. Nee, doch nicht. Alles klar. Ach so? Ja, du musstest jetzt so schnell sein, oder? Alles klar. Also wir könnten theoretisch. Au, 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 au. Da oben hin. Happen. Bin dort. Happen. Bin hier. Okay. Nach oben? Nee. Okay. Kommen wir nach oben. Ich muss dich hier hochwerfen. Ich muss dich hier hochwerfen. Ausgezeichnet. Die Katze macht mir Aua. So, dafür hab ich sie erstmal ordentlich massakriert. Jetzt nicht. Ab. Die ist jetzt los. So, ja. So, jetzt postieren. Gut. So, jetzt gehen wir das selbe zum ersten Mal an. Genau. Boom. So, ja. Hey, hey, hey. Aua. Wie ist das passiert? Wie ist das gestorben? Das ist ein... Aber, aber, aber. So, ja. Wie hab ich das geschafft? Ja. Ja. Okay, zurzeit dort oben ist nicht so cool. Alleine ist es nicht, ich habe ihn gefangen. Ja. So, aber. Hier fehlt was. Wie hab ich das gemacht? Ja, das war... Da für die Grünen. Aha, das war's nur für... Hier, halt, 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 bleibst du hier. Ja. Jena, das ist ordentlich gegeben, ne? Sieht ja fast schon professionell aus, was wir hier ein bisschen machen. Zum Glück noch was. Mal durchspielen, oder? Eeeeeeeens. Ja, ja, ja. Nein! Okay, das wird zum Problem. Das ist voll unfair gewesen. Passt so. Okay. Ja, stimmt. Oh, 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 oh. Das ist doch nicht zu besser. Jetzt hier lang? Jetzt muss ich hier lang? Ja, diese... Diese Katze! Aha! Was dann? Ja, das ist wahrscheinlich immer super sehen, aber egal, weil es geht... Irgendwann weiter geht's. Zeit live? Genau. Ähm, ich denke, wir müssen hier lang? Ne, doch nicht. Wow. Wie du gerade demonstriert hast, stirbt man, wenn wir nicht immer dort lang gehen. Ja. Ich schnäpfle dir, dass du es jedes Mal machst. Hatten! Du musst nur irgendwie nach oben kommen, ne? Genau. Über das Ding bin ich und dann an das Ding hier an. Und dann bist du nach unten. Okay, oder so. Bum, 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 bum. Aaaaaaah. Warte, warte, warte. Ne, ich denke, das ist schon okay. Oh, okay. Wir müssen hier nach oben. Ich muss dich werfen. Hint hoch, bitte hier. Ach nee, muss ich doch nicht. Haha, ist cool. Schweben, Rock. Ähm, Moment. Nee, das schaff ich so nicht. Mach weiter. Lauf. Lauf, Boris. Lauf. Nein. Nein. Wo bin ich? Wieso bin ich tot? Ah, diesen Bisschen mitten im Blöchst. Ah, jetzt bin ich hier, okay. Haha, das wusste ich nämlich. Deswegen wollen wir schon mal zurück. Passt. Sehr schön. Komm schon, komm schon. Nein. Ja? Ja? Jawohl. Ich bin der größere, Bissch. Sicher? Nee, das ist nicht der größer. Sie sind genau gleich groß. Ich bin den beiden größer? Nein, bei mir nicht. Also, das kann ich jetzt erzählen. Ich bin der größer, Bisschen. Ich weiß, das ist ein bisschen ein. Bisschen. Ja. Und ich bin da. These horrifying shows of murdery death to appease the fickle crowd so so that's good and what's the deal with Hattie? He just creepily looms around the theater all day look at him looming It seems like he's been forcefully forced to manage this place. Well, it looks that way Productive as one can be yep living life to the fullest whoa slow down buddy. Yes, sir full of salt and pep full of pee and vinegar Overflowing with youthful energy say something Hattie Cat got your tongue Shut up. No people really seem to be a precious and rare commodity in this strange part of the world Seems our little boat wreck was a delicious gift from the heaven gods and these bizarre cats are taking full advantage of us What cruel fate left them to roam the grounds of this scary old theater? Desperately ruling these bleak premises with an iron paw and just how long have they been orchestrating this sinister scheme? I mean avert your eyes children avert them. There's bony people skeletons everywhere scary, right? No, I'm no genius But I definitely know how long it takes for a body to decompose so this must have been going on for at least wait scratch that thing I said so do you possess the courage to soldier onward and uncover the mysterious mystery behind this grim world or will your hilarious Death screams be drowned out by the sound of your own hilarious I like these videos We shall see! We shall see! We shall see! We shall see! You see? Ah, it's going on! I wanted to ask you! Let's see if we can go back back Mhm, yeah, that's right. There are only three of us, you see? Exactly Good, here we were, here we were, here we were, here we were That's all enough What do you want to do? What do you want to do? Ha 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 Es geht abwärts, oder? Encore? Encore Encore Ich bin schon mal gespannt, dass... OOOH! NEEEH! NEEEH! Nein, warum denn? Oh, nein, ich hab vieles Leben! Ich hab vieles Leben! Ich hab vieles Leben! Ich hab vieles Leben! Was? Äh, wie kommen wir denn hier hoch? Ähm, eine Idee? Teamwork, komm Nee! Äh! 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 Ich hab ne Idee! Komm mal her! Okay! Und nochmal! Ah genau! Und jetzt er kommt! Easy! Gut! Easy! Du musst mir ja schon hochhelfen, Junge! Du musst mir ja schon hochhelfen, Junge! Das sind Sprenger, leider! Natürlich! Du hast mein Kopf benutzt, um den Spruch zu schaffen! Nee, ich hab's mein Kopf benutzt, um den Spruch zu schaffen! Ja, einer muss ja meinen Kopf mal benutzen! Ich mach's ja schon nicht! Ähm... Hättest du dich auch noch ein bisschen näher an den Rand stellen, vielleicht? Genau! Ausgezeichnet! Ja, vielleicht! Alter! Ähm! Nein! Andere Richtung! Nee, ne, ne! Lauf dich nicht zu! Komm doch an wie du stehst! Ja, du darfst nicht zuläufen! Ach so! Okay, jetzt muss ich das hier machen! Wurde ja auch Zeit! Komm! Was ist denn? Weiter geht's! Nein! 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 Ja! Ja! Ach so! Das ist natürlich... Hm! Siehst du wie blöd das ist? Ich habe keine Angst! Als die Strahlen dort durch die Stuhl kommen sind! Ja! Müssen wir unten? Warte mal hier unten! Ich laufe! Äh! Warte mal! Doch 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 doch! Komm! Ach so! Die Zeit ist um! Du kannst gewinnen! Du kannst gewinnen! Du kannst gewinnen! Äh! Ja! Ich denke das sind so Special Folgen! Ähm! Schöne Sachen! Haben wir euch alle gesehen! Alles gut! Alles super! Ich muss ja auch mit, ne? Alleine kannst du das nicht machen! Acht! Neue Waffe! Gib, 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 gib! Geht's! Heiß'n Scheiß! Ich hab' ne Granate bekommen! Äh! Kann ich das hier nicht irgendwo einstellen? Freunde? Ne, ne! Besten ist äh! Spieleinstellung! Ich habe... War der Bumann sinnvoll? Ne, na? Was war sinnvoll? Der Bumann? Ne! Ne! Ich hab' die Granaten! Die sind okay! Ja, okay! Hey! Hey! Ja, nett auch! Ja! Doch, schon! Komm! Mehr! Kann ich mehr! Ich bin schon so pleite! Wer hat jetzt welchen Skin? Hm! Du bist übrigens hier nach oben! Ja! Weiß'n Scheiß! Du sagst, es ist okay und das alles sicher ist! Äh, ach ja, wir müssen hier lang! Du, 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 du! Aber du hast recht! Es ruckelt leicht! Wenn jemanden joint! No! Hast du recht! Das heißt natürlich nicht, dass das deinen ganzen Face jetzt irgendwie... Ach ne! Ja, stimmt! Ich kann auch nicht wieder zurücklauen! Ach gut! Oh! Wir sind in den Toiletten angekommen! Wie schön! Kapitel 3. Rein, Tisch! Ja! Oh! Hier sieht's schon aus! Na dann! Ist das jetzt ein Zeichen dafür, dass wir VIPs sind? Ja! Oh! 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 Also ganz, wir sind in den��� altura ... Aber was für mich schon gar nicht hin wollte ... Ich bin vielleichtすch ein Zeichen ... Da geh' ich schon hin Ja! Ähm! Iriding funktioniert nicht! Du musst dort obenкое planen ... Mal probiere es auf das Feuer Ding zu springen. Jetzt rechts ist nämlich noch so ein ... Ah! Ganz nur noch mal hoch drohen! Aha, jetzt. Komm. Und könnte es auch ein bisschen produktiver sein. Und wenn du dich jetzt fragst, die hat jetzt... Nein, 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 nein. Merkst du das? Ja, du brauchst jetzt meine Hilfe. Soll ich es machen, Mr. Produktivität. Also, ich bin stolz auf dich. So. Kommt, weiter geht's. Ich denke mal, dass Hilfe gibt es einfach nur für Online-Player, wenn du mit dem anderen nicht Team-Speak bist. Hm, ich habe eine Idee. Ja, das hat so funktioniert. So war mein Plan. Hier oben ist nichts, ne? Ne. Äh. Komm ich jetzt so hin? Ja, du cheaten. Das ist nicht direkt cheaten. Manche sterben. Manche sterben nach oben. Und dann? Hälst du mir hoch? Vielleicht? Möchte du vielleicht hoch? Könntest du mir hoch helfen? Ja. Sobald die Taste wieder rausfüllen. Ach, hm. Ne, ne, ne. Ich muss dich wieder hochwerfen. Lieg! Hm. Ja. 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 Wir arbeiten daran. Hm. Ich trage jetzt, wie kriege ich dich hier rüber. Wollen wir werfen probieren? Mit Skill. Ausgezeichnet. Wir hätten es natürlich auch einfach so machen können, wie ich jetzt gerade. Ja. Oh, da oben ist das Ende. Da wollen wir jetzt natürlich noch nicht hin. Pff. Das war ewig. Also. Das war auch nicht schlecht. Großartig. Wenn du hier stehst, funktioniert das glaube ich nicht. Ausgezeichnet. Jetzt gehen wir doch drauf auf das Ding. Du willst nicht, dass wir vorwärts kommen, ne? Das ist Sabotage. Du willst nicht, dass wir vorwärts kommen, ne? Das ist Sabotage. Ja. Gut. Das ist ja... Das ist... Anders. Ja. Ja. Großartig. Ich glaube wir müssen hier hoch. Jetzt? Ja. Ja. Da oben ist auch noch einer. Ja. Im Kopf auch noch ganz oben. Frag mich jetzt nicht wie. Du treibst meine Sätze. Ah, da mit. Alles klar. Ja. Ja. Ich bin hier wohl vielleicht noch nicht. Ich muss noch mal zurück, oder? Haps. Bin am Ende. Ja. 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 Wo bleibt denn das Vögelchen? Ja. 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 Ich bin hier auch. Fertig. Ja. 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 Kannst du mich nach oben werfen? Ja, lass dich doch noch ein bisschen töten. Ja gut, du kannst mich nochmal töten. Ja, scheiß die ab. Durch? Ja, jetzt muss ich nur noch nach oben. Kann ich auch noch aufschalten? Ausgezeichnet. Moment, du hättest mich jetzt so oder so getötet, glaube. Hm, verdammt. Wannst du, du musst doch nach oben? Ja, nach oben ist alles mal ran. Aber wie wirst du das anstellen? Ich habe keine Art, ja. Ich denke, wir müssen von der anderen Seite ran. Oh, wir sind nämlich Flügel. Ach, nee. Oh, dann kann man hier. Hm. Aber wie kommen wir an den dort ran? So nicht. Ah, damit vielleicht. Probier von unten, von unten. Oder so. Yeah. Was ist das dort? Yeah, stirbt. Ah was ist denn hier? So war das jetzt nicht gedacht. Ja super, ganz großartig. So jetzt bin ich hier unten. Staubsauger Katze tötet uns. Moment, was ist jetzt wieder hier? Staubsauger Katze. Das war epic. Zum Glück. Na auf der andere Seite. Ohne die kommst du nämlich nicht rüber. Jetzt darfst du nur nicht sterben. Sollte ja kein Problem sein. Kann ich hier die Dinger hin und ausschalten? Und? Dein Diskuswerfkünste lassen zu wünschen übrig. Okay. War zum Glück überhaupt nicht pro hier, ne? Das musst du wecken. Genau, da kann ich mich den holen. Hier, ich hab da ne Vermutung. Komm mal bitte mit dem Foto hin. Da unten rein in die Dinger. Ach dort. Oh. Dauern, Moment. Wieso ist der los? Wieso schiebst du es nicht einfach nach vorne? Oder denkst du ich muss da nach hinten? Los mal. Los mal vor. Los mal vor. Was mach. End. Ah ne, ok. Doch nicht, ne? Äh, hätte das sein können. Oh, das müssen wir, das müssen wir und weiter geht's. Wir können zum Exit. Wir haben alles außer das scheiß Volkneu. Oh nein, Kitties! Oh dort oben, guck mal. Wieso ist dort oben so ein... Wie ist denn den Teleporter dort oben? Ne. Hast den schon benutzt? Teleporter oben? Ja, den Teleporter da oben. Ach den da, ne? Wer ist denn neu? Aha! Ja. 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 Das fängt uns nicht, wenn du mich hier behinderst. Ah, hör auf! Muss die Waffe wechseln! Festgranaten! Wir können ja nicht mehr. Das hat... Das war großartig. Hier, müssen wir übrigens... Ja, da unten ist uns halb Diamant. Ja, das ist mir aufgefallen. Ich lauf, ja! Ich lauf, ja! Ja, wenn ich hier die ganze Arbeit machen muss, ja? Also, ne? Das ist ja halt auch so eine Sache. Ja, ja. Also der ist echt knifflig, also man muss das echt lange suchen. Ich lauf, ja! Ich lauf! Oh Gott! Ach! Aber! Meinst du? Okay. Ich dachte schon der Timer meldet sich gleich. Na, dann machen wir auch. Aber... Ich lauf! So! Komm! Dann kommen wir in die Discos, da oben die Timer ausgestalten. Gott, finde ich geil! Das war kranklos! So, dann musst du ja auch wieder ausschalten. Haha! Das hab ich von ihm. Na gut. Das war ja jetzt klar, ne? Ja. So, weiter rum 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 rum. Hm. Ich weiß, was du wolltest. Nein! Haha! Ja, aber das hier müssen wir rauslust. Sonst, äh, weiß gar nicht was dann passiert. Oh, das ist so süß! Oh, das ist so süß! Oh, das ist so süß! Ich ist süß! Ich ist süß! Kann nicht getötet werden von uns. Nein, du musst dann vorbei! Oh mein Gott, das ist so süß! Huuuut! Der war's! Der war's! Der war's! Ich hab' rausgefunden, dass wir dort oben lang müssen! Nein, 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 nein! Moment! So nicht! Hm! Wir müssen die Dinge ausschalten, das wird da nicht gehen! ausgezeichnet also ich denke machen das ganze vorwerfen lassen das gute seine kanadische tüte zuvor das ist schon was zu einfach gewesen dann springen wir nach links oben links oben links oben nicht dort lang wieso sprichst du denn nach dort vielleicht hätten wir nach links unten hier da ist noch ganz nach oben klettern müssten naja haben wir wirklich nicht alle gehabt aber immerhin haben wir einen zeitbonus bekommen so also dann bis zum nächsten mal tschüss tschüss